Also die Ortsfeuerwehr Martfeld ist hier zu einem Scheunenbrand alarmiert worden. Aufgrund der Meldung in der Leitstelle hat die Leitstelle dann auch gleich eine höhere Alarmstufe ausgelöst, sodass wir fünf Feuerwehren jetzt mittlerweile hier sind, inklusive einer Drehleiter-Aussiecke. Also wir hatten hier ziemlich böigen Wind. Das Feuer ist Richtung Haupthaus getrieben. Die Rauchentwicklung war sehr stark, sodass wir zu Anfang Mühen hatten. Aber Gott sei Dank hatten wir hier eine intakte Brandwand. Da konnten wir eine Riegelstellung bauen, um das Feuer da zu stoppen. Also hier an dem Gebäude ist es so, dass das so eine Art ältere Scheune ist, die mit dem Haupthaus verbunden ist und was als Lager bzw. kleine Werkstatt dient. Die Rauchentwicklung war auch ziemlich weit zu sehen. Aber wie gesagt, uns ist es Gott sei Dank gelungen, an der Brandwand, die in dem Gebäude drin war, in dem Zwischenbau, das zu stoppen mit einer Riegelstellung von der Gartenseite heraus und von der Hofseite. Die Drehleiter unterstützt jetzt die Ablöscharbeiten noch, sodass wir von oben gezielter in die Scheune reinlöschen können, um das Feuer dann auch endgültig zu löschen.